Hallo, ich bin Rob Saunders. Willkommen zurück zu absurdes Paradoxon des Reichtums Teil 3, finanzielle Geiseln. Weißt du, ich habe mich tatsächlich selbst zur Geisel gemacht, als ich ein Sklave des Ziels, des Erfolgs wurde. Ich beobachte jetzt, wie diejenigen, die zu finanziellen Geiseln werden, versuchen, etwas umsonst zu bekommen. Sind wir Geldliebhaber? Der Herr sagte, die Pharisäer seien Geldliebhaber. Kein Wunder, dass sie ihn immer angriffen. Oh, welch ein Paradoxon, dass Reichtum nehmen kann. Hör mir nun zu. Reichtum kann das Leben derer nehmen, die denken, dass sie ihn besitzen. In diesem Moment beginnt dein Reichtum. Reichtum kann Flügel machen und davonfliegen. Ich erinnere mich an einen Deal, der mich von Gier packte. Es sah nach einem guten Geschäft aus. Viel für wenig, oder? Also blieb ich stundenlang wach und schrieb einen langen Vertrag. Es war ein guter Vertrag für mich, also brachte ich ihn dem Typen zum Unterschreiben. Er unterschrieb die Vereinbarung, ohne sie zu lesen. Rückblickend hätte das ein Zeichen dafür sein sollen, dass dieser Mann nicht die Absicht hatte, seine Unterschrift oder die Vereinbarung zu ehren. Der Grund, warum ich nicht darauf geachtet habe, war, dass der Haken der Gier so tief in mir steckte. Mit dem Wissen, das ich jetzt habe, hätte ich in die andere Richtung rennen sollen. Wenn du wirklich nicht vorhast, dein Wort absolut zu halten, ist dein Wort nichts wert. Und er tat es nicht. Er dachte, alles drehe sich wirklich um Halbwahrheiten, clevere Antworten und schnelle Drehungen. Das Ergebnis war, dass sein Wort nichts wert war, bedeutungslos. Und es war einer der wenigen Deals, bei denen ich Geld verloren habe. Mein Rat an dich ist, die Vereinbarungen kurz zu halten, damit alle sie verstehen. Auf diese Weise ist es wahrscheinlicher, dass sie das einhalten, was sie unterschrieben haben. Mehr darüber und über hochfrustrierte Unternehmer. Weißt du, wie man erkennt, dass man eine finanzielle Geisel ist? Nummer eins, wenn jemand anderes dich und dein Geld für seinen eigenen Gewinn opfert, ist das ein eindeutiges Zeichen. Nummer zwei, wenn die Geiselnehmer sowohl ihre Familie als auch ihre Arbeitskollegen für ihre Zwecke opfern. Drittens, wenn die Bedürfnisse der Dealmacher schnell und absichtlich über die der anderen im Deal gestellt werden. Wir sehen uns das nächste Mal zu Teil vier, wenn wir das Sterbebett des Reichtums besprechen. Danke. Danke.